Heiko, Esqueda mit Let's Play! Tates of Berseria! Beim letzten Mal sind wir zusammen mit Savit und Sivar aus diesem Dimensionsdingens, was auch immer, rausgegangen. Sind jetzt auf der Hexeninsel hier gelandet und wollen jetzt zu Savits Schiff. Genau, davor wurden wir von den Nominat eingegriffen und ja, das ist immer noch so das Nachfolge-Ereignis davon, sozusagen. Okay, die Insel ist nicht... Ah! Was ist passiert? We used to play tag all the time I won't let you get away velvet Stop it you're turning into a dragon that was the whole reason I took him from Teresa It's just another necessary sacrifice for peace Inomino to the front of us a dragon to the back of us reaper's curse doesn't begin to describe it What a shame is that despair I sense not on your life It'll take more than this to make your big sister break The more you resist the more you'll suffer Velvet let me punish this rotten little delinquent You're just a malak you don't stand a chance I'm not just any mom And I'm sick of murdering scum like you I know no limits For I am Zavid Zavid This is officially too damn much We'll be fine. Take them out one by one If only I've been a larger vessel Save your regrets for later We're dead if we don't focus Hey, bringing them a swift death would be a mercy Oh I'm sorry You're not the to keep me There is not the whole thing You should have to go I've already heard of this I want to go I've seen a special guide You're the only one Sorry Silver Sorry Silver Those are the fucking well I'm feeling like a girl That's the most traurig with Malakim and Dracula dass man da nix mehr machen kann, die sich irgendwie zurückverwandeln kann oder so. Ja, er hat das jetzt Großheit abbekommen, aber kann man ihm nicht ganz viel, keine Ahnung, ganz viel Güte geben jetzt, damit er wieder normal ist? Weiß ich nicht. Sehr schön. Er ist zu groß für diese Animation. Er ist auch so groß für diese Animation. Wow. Okay Drachy, du bist echt groß. Kannst du bitte aufhören, mich anzuzucken? Ich hab Angst, ich beiße oder so. Nee, nein, 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 nein. Au, okay, verschlägt mich. Er ist schützend. Stop das, dumme! Wir brauchen ihn in einem Druck. Ich sagte, du würdest du fern. Zafid Ich werde ihn nicht mehr nehmen. Alle anderen, rausz den Dragen. Keine Art, dass du ihn allein kannst. Prennlich, lass mich euch helfen. Das ist nicht ein Ordnung, sondern strategie. Ich betiere dich auf, Fie. Für etwas, was mir ist eine Art von mir, bist du sehr gut. Ich bin Moloch Lopizet. Ich bin mein eigener Maastor! Ich habe vorher nicht verraten. Ich werde nicht zurückziehen. Und wir werden nicht! Ich bin nicht mehr geändertet! Wir sind immer im gleichen Mind! Alles hat sich verändert, Fee ist zu sein, jemanden zu sein. Kiegt Flasch! Wenn ich mich zu close bin, werde ich mich nicht verlieren! Form Zero! Dunder! Okay, 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 okay. Vielleicht sollten wir erstmal Werbet ein bisschen heilen. Es passt jetzt zu lange. Wie viel hat der Schnelle? Ja, das geht auch mal lieber so. Machen wir lieber so hoch! Können wir das doch einfach rausschmeißen. Muss Magi so reinholen. Hm. Hat die nämlich auch eine Wasserschwäche? Okay. Magi, los! Helfen wir mal! Mach Wasser, los! Oh je, Rokuro. Rokuro! Es ist wieder eine Helle. Es ist wieder eine Helle. Es ist wieder eine Helle. Nein, es ist nicht. Es ist wieder eine Helle. Es ist wieder eine Helle. Es ist wieder eine Helle. Die Helle. Es ist wieder eine 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 Helle. Sie sind einfach eine Fragmabe von mir. Leute, schau mal aus! Nein! Also, das war deine Strategie. Hey, gib uns mehr Warnung! Du hast fast uns gefeiert! Du hast wirklich... ...dunne es jetzt. Ich werde dich in einen Dramatischen. Seheu's laughing, dann! What's going on? The Malevolent's burned away? We're leaving! Hurry! They got away. A silver flame. A strange art that Malak used. Did you forget that you have the power to digest malevolence? That thing may be a fragment, but it's still part of you. But the dragon attacked me. If it hadn't disrupted my concentration like that, I never would have let my fragment lay a finger on me. So long as you learn from your mistake, such a ruse won't work a second time. After all, Malakim are mere servants of the Empyreans. As long as we stay wary, they pose no threat to our ideal world. Your awakening is nearly complete. None within your domain can stand against you without the power of the four elemental Empyreans. And they are fast asleep, far beneath the Earth pulses. I'm going after them. No. Not now. We need to make preparations for the ceremony of suppression. We'll send this one after them instead. A demon? Will he be reliable? True, he can be hard to control. Even after he succumbed to demonhood, he withstood my illusions for seven days and nights. Even now, he resists on an instinctual level. However, he used to be known as the most fearsome pirate in all the seas. His strength is equal to any legates. You, capture the Therian Velvet. Do whatever you have to, as long as you keep her alive. Wait. First... First? Kill him. Kill Lafisette. Before my sister's eyes. He's the only thing keeping her from falling to despair. It's true. Demon or not, he still possesses an odd sort of pride. I'll have to relieve him of such a meaningless burden. He's the more stupid cells! He's the only rooting for a vampire! Remember that movie. I was dying of such a stakeholder in Hell. izin' episode of the T χ, Lafisette, we have something for Danke für Fii. Er ist noch in der Nacht. Er muss sich all seine Füßigkeit und Mentalität haben. Ein Feuer, der schützt die Malevolenz. Das ist ziemlich das Talent, er hat da. Ist das, weil er ein Teil von Inominat ist? Natürlich könnte sein. In einem Sinne, das ist ein Glück für uns. Aber auf der anderen Seite... Auf jeden Fall, ich habe das Bet. Und ich war so sicher, dass ich zu gewinnen, auch. Es ist ein enormes Drama. Du hast über 100 Gold gemacht. Du kannst nicht auf 100 Gold machen. Ein mit kein Respekt für Gold wird von 20 Lion Mald. Jeder kennt das. Genau. Insofern, was machen wir weiter? Nichts hat sich verändert. Wir steilen Inominat weg und töten Ertorius. Selbst wenn die Inominat nicht erwähnt, muss man ihn wieder zurückkehren. Unsere beste Leid ist noch Grimoire. Wir sollten uns mit Benwick und den anderen treffen. Du bist sicher, dass du mit uns bleiben willst? Ich weiß nicht, ob es ist die richtige Wahl oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass Lord Artorius richtig ist. Dass die Verkaufung sind die Inevitable, auf der Weg zum besseren Welt. Deshalb werde ich das, was ich glaube, ist richtig, und ihn kämpfen. Selbst wenn ich falsch bin, werde ich nicht mehr zurückkehren. Hast du eine Idee, wie frustrierend du bist? Ich habe einen zu sprechen. Aizen. Geh in Kontakt mit Benwick und den anderen. Das Dämon. Das muss man sein. Aizen? Ich denke, wir brauchen mehr als nichts. Es war eine lange Zeit der Kampf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir suchen einen Ort, für heute Abend. Elinor. Schauen Sie nach Lafisette. Vielleicht sollte man ihn tragen. Er hat alles für dich gemacht. Bitte. Sehr gut. Du kannst zumindest den Schmerzen. Du bist schmerzen. Du bist schmerzen. Nein. Das Gegenteil. Der blaue Punkt. Ich bin glücklich, dass du nicht gewonnen hast, Mogilu. Sicher, du bist glücklich. Aber welche Wälder würde glücklich sein? Und du hast den Blut wie verrückt. Es ist deine Schuld, dass ich verloren habe. Wirklich? Ich erinnere mich nicht, dass ich nichts mache. Nein. Es war nicht wir. Es ist nur so schlecht. Wenn du nicht Salz oder Zucker in eine öbliche Wunde schraubst, dann bist du zu großartig. Ich habe das Gewicht, weil du. Du gehst mir. In diesem Fall, lass uns auf die Aktion gehen. Lass uns eine andere Bethe. Oh? Ich höre. Ich bete 10,000 Gold, dass die Völven schraubst. Oh. Ich mache das gleiche Bethe. 10,000. Uh-huh. Hey! Warte ein Moment! Du beide wissen, dass ich diejenige, dass sie schraubst! Dann sollte ich erst sprechen. Wir können die ganze Sache wegnehmen, wenn du willst. Nein, nein. Wie wäre ich ein Gewicht? Wenn ich jetzt zurückgekehrt bin? Ich bin Angst, dass ich diese Bethe habe. Ich bete 10,000, dass die Völven nicht schraubst! Was ist so lustig? Für jemanden so stark, du kannst du manchmal sehr süßig sein. Du nimmst eine Wälder so süß? Das ist ein Schlauch! Du verdienst mir das Geld, was du als Reparations verdienst hast! Ach, Magilu. Hat sie sich voll um den Finger wickeln lassen. So. Gasthaus. Ist das ein... Oh. Ein Häschen. Ist das das Haustier von diesem Gasthaus? Irgendwie sind die Beine sehr arg... lang. Egal. Hallo, wir möchten bitte schlafen. Wo wir möchten Sie? Das ist das Haustier von Serra. Ich bin ein Molok, nämlich Serra. Ich habe die Erinnerung von Serra. Das ist alles. Und das macht dich nicht der gleiche Person? Was genau definiert eine Person's Identität? Ich könnte ihre Körper und ihre Erinnerungen haben, aber... Du bist richtig. Wenn deine Säule verändert hat, du nicht mehr die gleiche Person. Selbst wenn ich war Selika, ich habe nicht das Recht, um deine Frau zu bezeichnen. Ich folge die Ordnung von Artorias, ohne die Frage, um meine eigene Körper und Blut. Was für mich? Ich habe dich verletzt. Ich habe kein Recht, um dich zu verletzieren, für was du getan hast. Es gibt eine Unterschiede, Velvet. Ich wollte dich das tun. Selbst wenn ich überlebt hätte, hätte ich dir zu dir vor kurzem. Ich wollte dich für meine Macht, egal die Kosten. Aber warum? Genau nach dem Advent, meine Erinnerungen zurückgekommen zu mir. Es war dann, dass ich das genau was, was ich gemacht habe. Arthur, nett und lieblich. Er verändert sich in den kräftigen Artorias, wie er jetzt ist. Warum zurückgekommen deine Erinnerungen? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass sehr wenigstens die Erinnerungen von ihren Vorhaben. Oder vielleicht, dass es meine Verletzungen für die Schmerzungen für die Schmerz, die ich euch alle verletzieren. Je stärker fühle ich meine Liebe für Arthur, desto weniger kann ich Artorias entschuldigen. Meine Gefühle von ihm ist so tief, dass ich nicht mehr Selika bin. Als Ceres, ich kann niemals zurückkehren die Arthur, die ich liebte. Nichts habe ich die Macht, um zu retten Artorias zu retten. Aber du kannst. Du bist ein Therian. Du hast vollständig genutzt meine Macht. Du kannst den Shepern. Ich weiß, ich werde ihn verraten. Entschuldige mich, Velvet. Ich habe alles auf dich. Meine Gefühle, meine Determination. Ich wollte nur noch einmal entschuldigen, nach dem Ende. Ich bin froh, dass ich eine Chance hatte, zu wissen. Ich bin froh, dass ich einmal eine Frau von Lofi sein konnte. Und Selika und Arthur auch. Ich bin froh. 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 wenn die Leute mich der Lord of Calamity nennt. Velvet, ob du Mensch, Demony oder Lord of Calamity bist, es nicht verändert, dass du schönes Haut hast. Lofi sagte das gleiche zu mir, lange vorhin. Er hat mir diese Waffe gegeben. Dein Herz, ich kann sagen, dass es schmerzt. Ja, aber noch immer noch nicht, weil ich meine Meinung habe. Ich werde mit Artorias und Hinominat erst einmal und für alle. Es muss sein, für meine Waffe, und für diejenigen, die ich liebte. Ich werde auch. Selbst ohne meine Kompass, werde ich meine Hand auf dem Rücken und schüttere meine eigene Kurs. Ich werde Artorias verletzen. Aber, wenn ich ihn ohne Minot, Lofi sagt, und ich, und die anderen Therien, sie werden alle... ein Kompass. Ein Kompass. Hmm. Eizen! Warum hast du etwas gesagt? Hmm. Entferne dich. Du hast gewusst, okay? Ich gehe. Ich muss ihn verletzen. Was ist passiert? Wir haben eine Nachricht von von Eltia. Das ist großartig. Jeder ist okay? Ja. Für jetzt. Huh? Während Benwick und die anderen machten ihren Weg, sie sagten, dass Eifried in Endgand sahen. Sie sagten, dass sie auf den Weg zu Lionel Island um ihn zu treffen. Das muss man sein. Ja. Eine Kompass. Keine Angst, von dem Hörn, der auch von Eifried selbst. Eifried ist ein Dämon? Sie sind ernsthaft? Ich habe gesagt, dass ich mich. Ich gehe nach Lionel Island. Wer es ist, es ist eine Leid. Außerdem, wir können nicht die Von Eltia nicht verletzen. Wie kommen wir da? Zavid wahrscheinlich mit dem Land zu fahren. Wir holen einen aus dem Hörn. Ich bin eine Kalamität, aber ich bin frügel.